Was geht und willkommen zu dem wahrscheinlich besten Kanal, auf dem ihr jemals wart. Ich habe ein bisschen verschlafen, ich habe jetzt schnell das Video geschnitten, deswegen ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, muss mich fertig machen für die Arbeit, muss dann auch direkt los. Ich würde sagen, wir hören uns einfach später. So, da bin ich wieder zurück von der Arbeit. War heute relativ wenig los, war relativ entspannt. Wir gehen jetzt mit Kylo raus, mit kleinen Ehrenbruder. Ist cool. Hast du Bock? Cool. Und dann müssen wir noch irgendwo was zu essen organisieren. Noch keine Ahnung genau was, aber ich glaube, wir holen das. Könnte noch eine hitzige Diskussion werden mit diesem Essen, aber sehen wir dann. Also, bis gleich. Moin, meine Kebabs. Heute ist nicht Dönerstag, aber wir haben trotzdem Döner gegönnt, weil ich Bock hatte. Ja, also fahren wir jetzt nach Hause, essen schönen Döner. Dann habe ich mir gedacht, erzähle ich euch ein bisschen was über mich und meine Person. Und ihr wisst, mit wem es man zu tun hat. Ja, genau, so machen wir das. Also, bis gleich. Kebabs. So, Freunde, da bin ich wieder. Der Döner war köstlich. Ich habe mir hier ein paar Sachen rausgeschrieben und würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Das erste ist, mein Geburtstag ist der 20. Oktober 1989 und ich bin von Sternzeichen Waage. Der zweite Fakt. Eine abgeschlossene Ausbildung oder Lehrer? Habe ich keine. Mein höchster Schulabschluss ist der Hauptschulabschluss mit einem, soweit ich weiß, guten Schnitt. Auf jeden Fall habe ich damals die Schule abgebrochen und habe dann meinen Abschluss nachgehoben. So, ich muss im Prinzip die Perspektive wechseln. Genau, ich fand damals Schule nicht so geil und bin dann erstmal von der Schule abgegangen ohne einen Abschluss und habe den dann wie gesagt nachgehoben. Der dritte Punkt, meine Hobbys und Leidenschaften. Also, ich würde sagen, so YouTube-Videos zum Beispiel. Deswegen mache ich es ja. Ich hätte auch Bock Musik zu machen, bin aber leider zu blöd dafür. Also, nicht vom Musikalischen, eher so dieses Mixen in die Richtung. Ja, deswegen mag ich es nicht, aber vielleicht irgendwann. Meine Lieblingsfilme und Fernsehserien? Ist ein witziger Punkt. Habe ich nämlich alle so ziemlich hier auch tätowiert. Das ist einmal Star Wars. Gut, das ist einfach Musik. Das hier ist Herr der Ringe. Und das ist von Harry Potter. Serien finde ich noch Sons of Anarchy. Die ist eine krasse Serie gewesen. Also, die habe ich schon sehr gefühlt. Der fünfte Punkt. Mein bevorzugtes Musikgenre. Ja, auch schwierig. Schwierig. Ich würde sagen, im Moment eher so deutsch. So Richtung Edo Sai ist, würde ich sagen, momentan schon mein Lieblingskünstler. War früher tatsächlich der extremste Metalhead. Also, ich habe früher ziemlich krass Rock und Metal eigentlich nur gehört. Jetzt mittlerweile auch noch ein bisschen, aber eher nicht mehr so viel. Der sechste Punkt. Meine Haustiere. Das ist Kylo. Kennt ihr? Bestimmt. Halb Französischer Bulldogger, halb Schwein. Man weiß es nicht genau. Geiler Typ. Der siebte Punkt. Mein Lieblingsessen? Ich stehe schon sehr auf Köttbullar. Also, generell eigentlich alles, was mit Hackfleisch ist, finde ich geil. Aber Köttbullar ist schon krass. So, Punkt Nummer 8. Meine Reiseziele. Ich habe so per se eigentlich keine Reiseziele. Ich würde saugern mal nach Madeira. Ich würde saugern mal in die USA. Aber am besten so Roadtrip mäßig, weil ich da wirklich schon einige Orte gerne sehen würde. Ich habe jetzt aber nicht so Reiseziele, wo ich sage, da muss ich unbedingt hin. Ja, schwierig. Der neunte Punkt. Meine größte Lebenseinsicht bisher. Meine größte Lebenseinsicht bisher ist, man sollte sich nicht auf vieles oder viele verlassen. Und nie mit der Erwartung reingehen, man bekommt irgendwas zurück. Damit fährt man viel besser. Der zehnte Punkt. Die Sprachen, die ich spreche oder sprechen möchte. Also, ich spreche Deutsch muttersprachlich. Ich spreche okay bis gut Englisch. Ich würde aber saugern Spanisch lernen. Ich weiß auch, dass ich extrem gut und schnell Sprachen lernen kann. Ich habe nur einfach irgendwie noch nicht so die Motivation gefunden, aber ich würde saugern Spanisch sprechen. Der elfte Punkt. Meine größte Angst oder Phobie? Ich habe eine scheiß Angst vor Schlangen. Wirklich. Wäre auch so das Einzige, was mir gerade einfällt. Aber Schlangen finde ich hart ekelhaft. Diese kleinen, kriechenden Hu. Punkt 12. Meine Lieblingszitate oder Lebensmotto? Ich finde ein ziemlich geiles Zitat. Das habe ich öfter mal im Kopf. Habe ich das erste Mal gehört von Kul Savas. Und er hat gesagt, der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Punkt 13. Meine ersten YouTube-Erfahrungen und Kanalgeschichte. Ich mache YouTube aktuell seit neun Tagen wieder aktiv. Ich habe seit 2014 oder 2015 unregelmäßig relativ viele Videos schon auf dem Kanal hier hochgeladen. Die habe ich aber alle wieder privat gestellt nach einer Zeit und habe auch dann mal wieder nichts gemacht eine ganze Weile. Aber aktiv mache ich, also aktiv in Anführungszeichen mache ich YouTube eigentlich seit 2015. Jetzt aber seit dieser Vlog-Geschichte erst so richtig aktiv. Vorher war das so, ja ich mache mal so, mal so, mal hier und da so. Punkt 14. Meine bevorzugte Social-Media-Plattform. Und das ist echt schwierig, weil ich finde schon so, die Main-Plattform ist schon YouTube. Ich würde sagen, dann bin ich eigentlich am meisten und am liebsten auf TikTok unterwegs, weil es so einfach ist und das ist so schnell. Und ich weiß nicht, den Algorithmus finde ich sehr gut. Also man kriegt sehr viel angezeigt von dem, was man geliked hat oder auch wirklich sehen will. Das finde ich auf jeden Fall nice. Deswegen würde ich sagen, YouTube und TikTok schon so auf Platz eins. Punkt Nummer 15 ist mein persönlicher Stil oder meine Modevorlieben. Ich finde sehr weird, was gerade in der Designer-Welt passiert. So Richtung Prada und so, catch mich null. Ich finde cool so mein eigenes Ding. Also ich trage gerne viel Oversized, lange T-Shirts, so ein bisschen dieses Oldschool Hip-Hopige und ein bisschen was Neues, Modernes mit so etwas Skinny-Hosen. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe so sehr meinen eigenen Stil, aber ja, ist vielleicht auch cool so. Punkt Nummer 16 sind meine musikalischen Talente oder Instrumente, die ich spiele. Ja, Talente kann man eigentlich nicht sagen. Ich denke, ich kann okay singen. Ich spiele Gitarre. Das war es auch eigentlich schon. Ich habe nicht so viel Talent. Punkt Nummer 17 ist mein erster Job und meine Erfahrung damit. Mein erster richtiger Job war, glaube ich, als Verkäufer im New Yorker für Klamotten. Also vorher waren so ein paar Praktika. Ich war schon in vielen Bereichen. Nicht mal im Handwerk, bei einem Sanitär- und Anlagentechniker, bei einem Schreiner, im Verkauf, also im Kauf von einem Einzelhandel, im Baumarkt, in einem HiFi-Studio für Anlagen und so. Ich habe in einem Club gearbeitet, in einem Café, in einem Hotel. Ich war selbstständig mit dem Hausmeister und Gartenservice. Also ich habe schon relativ viel gemacht, aber mein erster Job so richtig war, glaube ich, der als Verkäufer. Und ich fand es eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. Und die Arbeitszeit war einfach nicht geil, weil das war in einem Shoppingcenter. Das hatte relativ lang auf und dann samstags abends bis halb elf oder so, da hatte ich damals keinen Bock. Aber an sich war es eigentlich cool. Punkt Nummer 18 ist meine Lieblingsjahreszeit und ich muss sagen, ich finde eigentlich am geilsten den Winter. Punkt Nummer 19 ist meine größten Träume und Ziele. Und das ist so ein Ding, wo ich selbst mir immer sage, man muss sich Ziele setzen, die eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, voll aus der Reichweite stehen. Also wo man sagt, das kann ich ja niemals erreichen. Aber ich finde, das ist ein ziemlich guter Ansporn dafür, um es irgendwie doch zu schaffen und an sich zu arbeiten und weiterzukommen, um eben dieses Unerreichbare zu erreichen. Und mein größtes Ziel ist es eigentlich, wir hatten ein ziemlich großes Haus in meiner Kindheit. Mein größtes Ziel, totaler Irrglaube, ist, dass ich irgendwann dieses Haus wieder zurückkaufe, wo wir damals gewohnt haben, als ich ein Kind war. Punkt Nummer 20 sind meine schlimmsten Gewohnheiten oder schlechte Eigenschaften. Also eine schlechte Gewohnheit von mir ist auf jeden Fall, dass ich an meinen Fingernirken kau und das fuckt mich mies ab, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Und meine schlechtesten Eigenschaften sind, würde ich sagen, dass ich sehr oft zu verkopft bin und andere Dinge im Vordergrund stehen. Also ich mir zu viel Kopf mache, um Sachen und andere Sachen dafür vergesse. Also Beispiel, wenn wir jetzt jemand auf WhatsApp schreiben, ich habe aber gerade was anderes vor. Wie jetzt, ich sage, ich arbeite oder ich drehe hier ein Video und so, ich habe dann keinen Kopf mehr dafür und ich vergesse es dann auch relativ schnell. Also dann antworte ich auf Leute nicht oder denke an gewisse Sachen nicht. Das ist schon eine sehr schlechte Eigenschaft für mich, muss ich zugeben. Ja, so meine Freunde, das waren dann die 20 Punkte. Wenn es euch gefallen hat, smascht mal den Daumen hoch. Lasst auch gerne mal in den Kommentaren da, wenn ihr bei irgendeinem Punkt was dazu sagen wollt. Würde mich auch interessieren, was sind so eure schlechten Gewohnheiten oder Träume und Ziele im Leben. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde dann auf jeden Fall sagen, das war das Thema für heute. Viel mehr wird jetzt auch nicht passieren, ich gehe jetzt noch schnell in die Dusche. Also würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich nochmal, wenn ich aus der Dusche komme. Bis gleich. So, dann bin ich wieder frisch aus der Dusche. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig erzählen soll. Die anderen sind schon im Bett und schlafen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe jetzt auch mal langsam ins Bett. Danke an alle, die bis hierhin wieder zugeguckt haben. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Lasst gerne was in den Kommentaren da, was ich mir durchlesen kann. Wie gesagt, klickt auf Abonnieren unbedingt. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Fritte. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.